Diese Praktikanten machen mich wahnsinnig. Sie sind der Kaffee? Ja, nee, ich bringe den Kaffee. Ja, dann bringen Sie ihn. Er kann ja nicht fliegen. Es ist nicht einfacher, Schwunger zu werden, als einen Job zu kriegen. Ich will Illustratorin werden. Hier, du freu! So flirtest du denn mit dem? Ciao. Ich weiß, es sind jetzt nur zwei Zeichnungen, aber ich will eine ganze Graphic-Norbe daraus machen. Halten Sie sich für intelligent? Ich für meinen Teil bin mir nicht mehr sicher, ob Sie sehr intelligent sind oder einfach sehr dumm. Ist alles in Ordnung? Die Leute hatten eine Probekiste vom Frankenboot mit ganz leichterem veganem Wein. Es gibt veganen Wein? Ich habe das Gefühl, mein Leben getrunken hat. Vielleicht will ich einfach nicht mehr in der WG wohnen. Das ist schwierig, in der WG, wenn man versucht, irgendwie ein idyllisches Gemeinsames zu schaffen und dann ist einer sechssichtig. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist kacke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.